ja hallo ich habe hier wieder neues brusselwürfel keine ahnung wie das heißt ich hatte schon mal eins das kenne ich das ist so ein käfig und da drin ist auch so ein stern und man muss den rauskriegen und das muss man hier auch das kann man jetzt hier durch durch probieren es scheint nie zu passen also im grunde müssen drei gucken ja immer draus egal wie es drehe so rum so rum sind immer drei die da raus gucken jetzt sind es drei sind eigentlich immer drei die raus gucken drei müssen auf einmal durch das ist halt ja wenn man sich den durchmesser anschaut gar nicht mal so einfach also sollte ich mir die suchen die am kürzesten sind weil dadurch müsste ist ja gleich wenn ich den jetzt hier bin ich die beiden darunter gedreht also beide unten drunter sind an bestimmten stelle und wenn ja was bringt mir das weil es ist jetzt fast so als ob da beide drunter kommen unter den ring das könnte mich dann weiter bringen das ist irgendwie besonders dick hier an dieser stelle muss versuchen hier zu drehen also hier geht es ja zum beispiel nicht das ist auch eine strategie hier einfach mal zu gucken wo es denn durch passt wenn man sagt ach bei dem nicht dann nehme ich mir den nächsten wenn ich mir den anderen zufälligen dann habe ich es einmal in der richtung etwas mehr platz wenn ich so mache dann der andere Richtung etwas mehr Platz. Das ist jetzt hier so, die Frage kriege ich das irgendwo über beide drüber oder unter beiden durch. Also dass der drüben bleibt und der drüber geht, dann hätte ich hier mal was anderes. Also müsste ich demnach zwei Flache suchen, das sieht ziemlich flach aus hier. Die könnte man jetzt hier, wenn es da nicht noch hapern würde, könnte man die jetzt hier durchkriegen. Jetzt gucken wir mal, hier haben wir eine weite Öffnung und wenn wir das jetzt so drehen, jetzt habe ich zum Beispiel noch zwei, die da unten stören. Das sind ja immer drei, also zwei sind ja schon mal ein Fortschritt. Also diese eine Konfiguration hier mit den langen, die gefällt mir irgendwie schon. Die ist irgendwie anders. Dann drüber geht es nirgends. Diese beiden müssten dort durchgehen. Hmm. Das ist viel Probiererei, was ich jetzt mache. Irgendwie habe ich noch keine Strategie gefunden. Hier kann man es wieder um eins ein bisschen verdrehen und wieder um eins. aber so richtig durch. Ja, das sieht auch hier eigentlich vielversprechend aus, aber irgendwie alle gleichzeitig kriegt man nicht durch. Irgendwie ändert sich auch nicht viel. Man kann es ja immer so ein bisschen drehen. Mal gucken, ob es passt und ich wette, das passt auch irgendwie nur an einer bestimmten Stelle. Ich glaube, ich muss mit einem mehr hier rüber kommen, damit sich etwas ändert. Hier ist zum Beispiel ziemlich eng. Genau. Und das war, die beiden sind genau so austaxiert. Und nochmal, oder die drei, dass es hier reingeht. Und den hier noch nicht loslassen. Und das passt dann an einer bestimmten Stelle. Es ist mehr Zufall, dass man den jetzt irgendwie erwischt. Irgendwie sehen sie ja irgendwie alle gleich aus. Und selbst mit dem Wiederfinden tue ich mich ein bisschen schwer. Jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Jetzt kann ich den ein paar mal verdrehen. So und vielleicht hier nochmal. Und da nochmal. Und da nochmal. Und so nochmal. Ja und der nächste muss genau diese Stelle wieder finden. Wo die drei dann gemeinsam da dann durchpassen. Und eigentlich sehen die alle ziemlich gleich aus. Aber einer ist ein bisschen kürzer. Oder zwei. Also die drei in Kombination und die passen dann halt doch da durch. Okay, das ist hier ja der Sternenring würde ich mal sagen. Auch gelöst. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Puzzervideo. Alles gut, bis dann. K boCT-UNSami. Can you yeah. Going off. doo. � c h. Vielen Dank.